Hallo TK, ich hoffe es geht euch gut und ihr seid bereit für die Deutschaufgabe. Heute lesen wir mal ein Gedicht vor, wir lesen es zusammen und wir achten bestimmt darauf, welche Reimpaare zu sehen und zu hören sind. Reimpaare, words that rhyme or rhyme pairs, okay? So, unser Gedicht für heute heißt Augen, Nase, Mund, okay? Und ich werde unser Gedicht einmal ganz vorlesen und ihr solltet ganz gut aufpassen und zuhören, welche Wörter sich reimen. I'm gonna read this one all the way through, from the top all the way to the bottom and it will be your job, while I'm reading, to try to identify, to try to find out which words, welche Wörter sich reimen. Which words rhyme with each other, okay? Seid ihr bereit? Give me a thumbs up. Jawohl, sehr gut, okay. So, Herr Klammern ist bereit. Magnus ist bereit. Hey buddy, you ready? Bist du bereit? Magnus, schau in die Kamera. Er ist bereit, okay, gut. So, jetzt geht's los. Oh, und zeige dahin, wo das Wort, ich meine, zeig mir auf deinem Körper, wo die Sachen zu sehen sind. Also, okay, zum Beispiel Augen, Nase, Mund. Augen, Nase, Mund. Mein Gesicht ist rund. Schultern, Arme und am Ende, da sind meine beiden Hände. Hals und Brust und Bauch, einen Rücken hab ich auch. Das sind meine Füße, Beine und Po und der wackelt so. I'll translate it. Augen, Nase, Mund. Eyes, Nose, Mouth. Mein Gesicht, my face, is rund. Rund is like, wie ein Kreis, like a circle. Round, ja. Schultern, Arme und am Ende, shoulders, arms and at the end, da sind meine beiden Hände. There are my both hands. Hals und Brust und Bauch, so throat, chest and belly. Einen Rücken hab ich auch. And a back I have as well. Das sind Füße, Beine, Po. That or these are feet, legs and bottom. Und der wackelt so. And it shakes so. Alright. Meine Lieben, es gibt mindestens vier Reimpaare. There are at least four rhyme pairs. Four sets of words that rhyme with each other. Wenn ihr dazu fähig seid. If you are able, I would love for you to write the words that rhyme with each other. And can I start you off with the first one? Just to give you an example. Okay. Just because I'm a nice guy. So, ich sehe, dass das Wort Mund sich reimt mit, welches Wort reimt sich mit Mund? So, which one of these words rhymes with Mund? A word that has a similar ending. So, I'm looking for a word that ends with U-N-D. Oh, U-N-D. Rund. Oh. Mund und rund. Sehr gut. So, the first pair that rhymes with each other, I would write Mund. und rund. Könnt ihr die restlichen drei Paare finden und aufschreiben? Can you find the remaining three rhyme pairs and write them down? I hope so. I'll be looking for it. Nothing but the best of luck. Viel Erfolg. Viel Spaß. Anything to say, Magnus? Hey, bud. You want them to do their work? Sollen sie die Aufgaben machen? Ja? Okay. Er sagt, ihr müsst die Aufgaben auch machen, okay? Also, achst du bitte darauf, dass meine Schüler die Arbeit machen? Oh, he's getting lazy. Alright. Tschüss. Biraz? Mas?